yo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live ich bin es euer tobsen und da würde ich sagen fangen wir auch schon an hier mit unserem let's play youtubers live wieder ghost mode hier so wo waren wir stehen geblieben das video haben wir hochgeladen das hat fast 100.000 aufrufe sehr sehr gut und dann gehen wir jetzt erstmal schlafen essen danach etwas und dann nehmen wir direkt das nächste gameplay auf wir haben schon 74.000 abonnenten so das sieht doch alles gut aus soweit hier mal eben ein energy drink und dann gehen wir direkt auf spiel wählen machen noch von dirty shadow gold machen wir noch ein gameplay das dritte gameplay sollte das jetzt ungefähr sein das sieht auf jeden fall schon mal gut aus so das bleibt alles beim alten hier tragen mal hinter ein topsen zockt topsen zockt ja das sieht alles gut aus soweit es sieht doch alles gut aus so und dann fangen wir schon an als nächstes machen wir mal lustig machen wir wütender oder ne sinnloser kommentar das gibt ein script und zwei sound das sieht auf jeden fall schon mal gut aus das sieht auf jeden fall schon mal gut aus dann brauchen wir als nächstes noch ein bisschen nachbearbeitung sound ist auch noch mal gut das sieht alles gut aus soweit so als nächstes machen wir sarkastischer kommentar also hier ist immer noch nichts mit den farben das klappt nicht ganz warum auch immer und hier kann man nichts sehen naja ist auch egal so machen wir noch mal nachbearbeitung boah script 7 interaktion 8 sound 3 und nachbearbeitung 6 auf jeden fall nice machen einmal lustiger kommentar und dann bleibt uns für das ende nichts mehr drückt man hier auf weiter so dann geht es jetzt an zu bearbeiten von dem video so machen das da rein das machen wir da rein das da das da das können wir nicht mehr machen deswegen machen jetzt als allererst weicher focus noch ein und was können wir noch machen wir machen noch ein bisschen sound und das war es dann auch schon drückt dann hier auf rendern hoffen dass gut ankommt innerhalb 403 videoqualität 376 nachbearbeitung 879 neuer rekord auf jeden fall nice interesse ist nur bei 59 drücken hier auf hochladen wir verlieren gerade irgendwie wieder ein paar ach wir sind level ab da fliegt man jetzt hoch ok 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 dann haben wir hier wieder ein paar punkte was bringt das zeige ein in dem spiel verborgene geheimnisse du musst mehrere gameplays ein spiels machen bevor du ein gutes tutorial machst aber du wirst es ihnen beweisen dass du weißt wovon du redest was haben wir hier nehme eine evige spielsitzung auf lade einen freund ein und starte ein gemeinschaftliches video wenn dein freund gut genug ist wirst du viele aufrufen bekommen wir machen erstmal das oder machen wir das adventure action simulator grafik adventure strategie und rollenspiele generieren zehn prozent mehr likes nee das machen wir nicht machen wir mal das soll das hört sich auf jeden fall gut an so dann als allernächste machen wir mal den nächsten kurs sollen wir nächsten kurs machen video bearbeitung bla 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 fotografie für anfänger schauspiel computer wissen computer wissen brauchen wir auch später um hier den rechner selbst reparieren zu können und nicht immer 20 dollar zahlen zu müssen das heißt wenn wir das machen können wir irgendwann dann den rechner selber funktionieren das auf jeden fall sehr gut meiner meinung nach haben weil 20 euro gespart ne ich sollte warten bis das video hochgeladen ist computer arbeitet ja hier so dann können wir ja jetzt dran ist das video hochgeladen vier daumen nach oben einen nach unten ich denke mal das kommt wieder sehr gut an nein das wollten wir doch gar nicht klan ross 26 april das sieht doch gut aus kaufen wir einmal das spiel und kaufen noch ein paar kamotten für den computer dass wir den halt ein bisschen aufrüsten können so gehen hier mal zurück gehen hier auf pc world was machen wir jetzt als allererstes eine neue kamera haben wir ja schon neues mikro könnten wir gebrauchen das wäre auf jeden fall ein kauf wert drücken wir mal auf kaufen und was können wir noch holen was können wir noch holen der bildschirm wir holen auch mal einen neuen bildschirm das hier sieht doch nice aus besserer bildschirm ist immer gut so haben wir noch irgendwas was wir jetzt holen können ja wir können hier noch neue kopfhörer holen das macht alles ein bisschen besser und sieht schöner aus so das kommt jetzt alles an was ist hier schon mal drin hier ist das neue spiel drin und das video kommt gut an wir sind auf 79.000 abonnenten so da klicken wir wieder auf öffnen da neues mikro neue kamera das alles top und ein neuer bildschirm was natürlich auch super geil ist so da sind die neuen kopfhörer wieder 100.000 aufruf 180.000 abonnenten schaffen wir die 100.000 in dem video das fraglich wir wir probieren es einfach mal ne wir probieren es einfach mal haben wir jetzt die neuen sachen bekommen nehmen direkt mal das neue gameplay auf clan wars machen hier von was denn das kann man euch machen wir machen erst mal ein preview und gucken wie es ankommt ich hoffe das preview kommt gut an so jetzt haben wir hier ein popschuss das bringt schon mal zwei sound und stereo ausgabe das ist schon mal besser geworden durch das neue mikro so kamera bleibt bei normaler auflösung arbeitsplatz bleibt auch bei 1 dann drücken wir hier auch fortsetzen und geben wir wieder top sind sagt es geht auf jeden fall voran 108.000 aufrufe eine million aufrufe haben wir geknackt habe ich gerade erst gesehen mega geil mega mega geil bohr schon neuen interaktion sound zwei nachverarbeitung alles top können wir nur zwei videos von aufnehmen weil wir hier kaum punkte hatten werden schlafen gehen sollen essen egal das passt wenigstens zusammen das ist auf jeden fall noch gut so was können wir denn noch hier drauf und wir haben dann so hier ein bisschen auf den titel drauf dann machen wir noch weicher focus rein und was können wir noch hier machen machen noch auf ausblenden sprich nachverarbeitung und alles so ein schnitt das sieht gut aus dauert auch nicht so lange zum hochladen interesse 65 inhalt 496 videoqualität 227 nachverarbeitung 416 drücken dann hier mal auf hochladen und ich habe das gefühl ich übersteuere die ganze zeit das ist nicht so gut egal das sollte kein problem sein denke ich mal und da haben wir wieder einiges an kohle bekommen das video ist jetzt auch schon fast hochgeladen nur einen daumen runter das ist natürlich sehr gut hier und da kriegen wir wieder punkte dazu für die ein millionen aufrufe und für 75.000 abonnenten kriegen auch was dazu so wir sollten essen wir sollten schlafen und essen das video kommt relativ gut an eigentlich das kommt relativ gut an ja das sieht doch gut aus dann essen wir jetzt hier so wir essen noch drücken hier einfach mal auf ok soll er machen ja so 82.000 abonnenten und ich würde sagen ich beende das video auch hier wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn nicht einen daumen nach unten wenn ich irgendwas besser machen kann schreibt es in die kommentare wenn ihr wollt lasst ein abo da ein abo kostet nichts und ja zum fazit was haben wir dieses mal geschafft wir haben einiges neues equipment wieder ein bisschen geld verdient haben keine schulden und nichts haben wieder ein gutes video hochgeladen 80.000 abonnenten haben wir bekommen ja ist auf jeden fall nice dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer topsen 1 3